Hallo! Hallo Leute und herzlich willkommen beim neuen Part TTT! Mein Foundation mit mir spielt... ...mein Tandemus. Wann war's? Äh, hallo? Hallo! Ich bin übrigens nicht mit dir... Das bin ich! Davo? Aber nur vielleicht. Echse? Hallo! Donny? Hier ist einer. Niemand? Kann sein. Stenana? Äh, ich? Schroll? Hallo? Und der Endotrater? Ey, du hast noch Gundula Gause und Klaus Kleber vergessen. Nein. Die kommen aber nur, wenn ihr die beiden Atmelsturzen. Eilmeldung, Klaus Kleber ist gestorben. Die Leute sind drei Atmens. Das ist ganz toll, Leute. Die News-Ticker. Also für unsere Zuschauer als Info, ne? Wenn ich hier so in das Land der ewigen... Dann fangst du sie umzuspinnen und zu schreien. Er schreibt scheiße. Um es mal abzukürzen, er schreibt scheiße. Das ist nicht uninteresslich. Boah, wer hat der gerade versucht, ne Kackwurst aufm Klo auszupressen? Das war meine Möglichkeit. Ah! Sehr gut. Moment, warte. Ich steig! Hey! Was zur Hölle tut ihr hier? WTF, ich glaub der Vulkan ist ausgebrochen. Die hat ne Granate aufm Klo ausgeschmissen. Bitte kein Feuerfurz. Harten, Alter. Und hab mich durch, weil auf äh... Es gibt tatsächlich... Es gibt tatsächlich ein Video, wo äh... Einer so versucht, so einen Feuerfurz rauszulassen. Indem man ein Feuerzeug unter den Arsch schiebt. Und äh... Er kackt drauf. Er kackt auf seine Hand. Meine Damen und Herren, für Sie das Niveau. Nicht mehr vorhanden. Welches Niveau haben wir überhaupt gehabt? Geh weg! Ja, das ist vielleicht auch eine Berechnung. Ja, das ist eine richtige Frage. Was hier passiert? Welches Niveau hatten wir jemals, Wanva? Ja... Dass wir Totengrößen gegeben werden. Äh, Wanva, Wanva steht über Snae. Was? Ich stehe über Snae? Ja, ja, ich stehe hier bei Snae. Richtig. Snae ist lieb gewesen. Hallo, Flori. Der ist nur durch die Dings gestorben. Durch die Märtyrung. Ja, ja, Weep hat ja zweimal... ... hier seinen Namen. Flori, warum läufst du so nach links rechts? Stoppst du gerade? Ich guck die ganze Zeit auf dem Tumfeld, weil es ja jemand ist. Da unten ist doch Flori im Detektivkostüm. Auf dem Mast? Äh, Flori hat doch kein Detektivkostüm. Bei mir nicht. Bei mir läuft Flori normal. Ach, das ist Weeple. Kann man die Kumpf hören? Ich bin kein Detektivkostüm. Der ist da... Ich mach die Gallionsfigur. Ja, ja, ich wollte gucken wie der gestorben ist. Durch eine Shotgun. Ich bin die Gallionsfigur, Flori. Guck mal. Äh, darf ich mich von den Detektivkostüm wegbewegen? Danke. Wahrscheinlich bin ich irgendwann mal im Wasser und werde dann die Freiheitsstart holen. Mhm. Auch ne guter Plan. Dauert ja schon ne Zukunft. Ja, ich muss bloß immer viel größer. Ganz halt. Metal hat so nen Schild bei Damian. Mit ner Rifle in der Hand. Der grad so rumzielt. Genau. Ich hör ne Silent Sniper. Und ich hab jemanden brennen gehört. Aua. Okay, da ist mir den Hut gefallen, oder? Das war aber hart scharf. Nein, ich hab fünf... Ich bin mein Starobot. Ich geh da! Ach übrigens, wo wir... Oh Gott, Navo. Dich stöhnt. Was denn? Wo wir übrigens krassen. Ich würd mich nur wohlfühlen. Halt wohlfühlen. Soll ich mal nen richtig nützlichen Funfact raushauen? Na? Ja, hau raus. Oh. Oh. Die meisten Leute sterben, wenn sie getötet werden. Deadwinger, oder? Wow! Wow! Nein! Ist es vielleicht Jonny? Wusste noch nicht jeder, aber... Nein! Ich glaub, dass alle angeschossen sich auf Wer ist Tee. Ich glaub, dass alle angeschossen sich auf Wer ist Tee. Silent Sniper, Florius. Manu. Hä? Hat sich da grad jemand unnötigbar gemacht? Wo ist der denn? Ist nicht ein Manometer irgendwie so was, was den Druck misst? Ja! Ddu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Bist du ja wie ein Schrittzähler heißt? Pedometer. Ja, ich fand das so geil. Ja, oh mein Gott. Bamba, bitte einmal Badum. Hey, das heißt wirklich so. Na, wo machen wir Stoffen? Hey, ich bin DT, ich darf das. Ach ja, stimmt. Ja, ja, also sowieso, Na, wo darf Leute es eh stalken? Ja, ich habe die Erlaubnis. Ab ins Wasser. Hui. Machst du fein. Stinkt der, oder was soll? Hey, ich habe hier nichts rausgekommen, drinbleiben. Wahrscheinlich ist Cyber eher über den Bär. Ich bin der Bär. Ey, warte, 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 warte. Das können wir machen. Wer du baut. So, jetzt darfst du wieder rauskommen. Yeah. Da fähr ich mit Badum. Ja, ich bin beschossen. Typer schießen. Ne, ne, ne. Und was macht Exe denn da? Hat der jemand Typer gesagt? Nein. Nein, nein, Exe, Exe schießt auf mich. Ja, alles klar. Bin mir auch nicht sicher. Exe ist wie so eine Wasserleiche. Ich schau dir die ganze Zeit durchs Wasser da. Wasserleiche, Bodos, aktiv. Ich mach mal Bergziegenmodus an. Panda ist gestorben. Äh, 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 äh. Weiß nicht, der liegt hier in der Lava. Jemand hat eben da in der Lava versteckt. Warte, ich kann hier rein. Tester? Ich weiß nicht, ob das ein Tester ist. Oh, oh. Das ist bestimmt eine Falle und ich sterbe hier gleich. Nee, ist grün. Nee, es ist ein Tester, aber seid vorsichtig. Das Dach über euch kann einstürzen. Oh. Das ist schon eingestürzt, glaub ich. Ist Exe jetzt Traitor? Ähm, irgendjemand ist hier gerade ein Meta neben mir gestorben. Ja, Exe war Traitor. Er hat nämlich gerade da den Detektor umgebracht, glaub ich. Ist Exe denn tot? Exe ist tot. Na wunderbar. Das ist schon mal ganz praktisch. Hat sich die Leiche von Exe irgendwie dematerialisiert? Nein, ich hab sie gerade... Wir haben hier einen Tod. Warte mal. Ach nee, doch nicht. Johnny und Cyber können sich aus meiner Sicht duelieren. Äh, richtig. Na, wo bist du noch rund bei mir? Äh, nö. Wie? Nee. Oh, was? Hey, was ist denn das für Lügen? Was ist das denn für ein Ding? Was? Was denn jetzt passiert? Ist ja lustig. Joa, ne? Hm. Ach, da hinten. Hm. Ist ja echt Cyber. Guckst du mal raus? Ich bin die ganze Zeit... Oh. Ah, nein! Oha. Ich hab gesagt, du bist noch... Du bist noch nicht tot. Blottschuss. Aber man, erst Panda gesniped, dann... Sorry, dass ich Johnny falsch geschrieben hab. Flori, ich hab dich übrigens angesniped. Oh, noch von ins Knie. Ja. Surprise! Du bist entspannt. Du hast mich auch auf gar keinen Fall getötet. Aber... Ich hab dich auch getötet. Ich hab dich auch getötet. Ich hab dich auch getötet. Ach, du donst es nicht. Die Taube flog auf der Knie, die hat sich getötet ab. Ich fand es gerade so hart. Meine Degel, meine Degel. Als ob ich das nicht gemerkt habe. Hör auf, das ist meine. Man war jetzt gerade ein bisschen verpeilt, ne? Ein bisschen. Juhu. Meine. Aber das war witzig. Meine. Gib sie her. Hallo, das nennt sich, äh, hier... Tötet Reeper, er hat meine Degel. Ja, Tötet Reeper, los. Nein, Junge. Hör auf, und wir tun jetzt schon wieder vom Töten. Hä, was? Indo-Befehl, Weeper töten? Kann man eigentlich erstränken? Ja, der Indo-Träter sagt, dass wir alle töten. Wie lange muss man unter Wasser sein, bevor man ertränkt? Wir sind uns einig. 10, 15 Sekunden mindestens. Hey! Ich stehe gerade um die Ecke und wollte gerade hinspringen. Na, wo ist der? Das ist ja AR. Ich weiß nicht, ob ihr noch aus den Augen verloren habt, dass ich mir eine Waffe gekrallt habe. Nein. Hallo, Navoca. Reeper? Reeper, kann ich, kann ich dir vertrauen? Nein, kannst du ihn nicht töten? Nein, nein, vertraue ich nicht. Ich dachte, Reeper wäre schon ziel-proven. Nein, Johnny ist es, Johnny ist es. Regel Nummer 1, vertraue niemals Reeper. Äh, wer ist das? Eie, ja stimmt, das ist Regel Nummer 1. Ich hab deine, ich hab deine Waffe bereitgestellt. Ich hab deine Waffe bereitgestellt. Neu im Angebot, Traitor, Sorte, wann war? Mindestens zeitweise Hass-Ace-Modus. Die Runde 4,99 Euro. Leute, ich bin proven übrigens. Echt? Oh. Hallo. Wer war ein Traitor? Hä? Okay, Johnny ist tot, das heißt, wenn ein Friendship Beam kommt, dann ist es schon mal... Ja, hol mal den Dete. Oh, Johnny. Was hast du nur getan? Was? War das ein Song oder so? Hey! Was war das denn? Was? Was tue ich denn hier? Nay war es. Tschulde, Nay. Soll ich modulieren? Ich denke mal, Reeper, weil dein Erz aufgehört hat zu schlagen. Ich hab nicht geschossen. Hä? Hey, ich hab nicht geschossen. Was gehen jetzt hier ab? Der, 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 der hat... Hä? Was hat's wer? Sorry. Das ist noch ein Toter? Äh. What? War nicht. Was ist denn? Ich hab nicht geschossen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, warum der jetzt auf einmal geschossen hat. Oder irgendjemand hat doch grad geschossen. Der News, der News-Sticker geht wohl los. Einmeldung. Glutbad auf dem Schrank. Hier, hier ist eine Rakete. Ähm. Eine Rakete? Hier. Wer ist eine Rakete? Ne, da ist eine Rakete. Rote Rakete? Der rote Baron? Sorry. Der landet nur eine... Oh, hier ist noch eine Leiche. Sogar eine tote. Wie viele Leichen gibt's eigentlich? Und hier ist noch eine. Äh. Was, eine tote Leiche? Auch eine tote Leiche. Wow, wir sind aber alle schon confirmed. Durch den Traitor. Sehr, sehr merkwürdig. Oh, äh, da schwimmt eine Leiche im Lava. Ja, das ist... äh... Ey, äh... Was? Nein, 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 nein! Ey, konfirm die Leiche! Vanva... Vanva... Ich glaub, Van... Oh! Vanva ist tot. Der ist grad verbrannt. Okay. Dann ist eigentlich nur noch einer. Ja. 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 Der Bar, wo bist du? Nicht da, wo du bist! Einleitig nicht da, wo du bist! Alter, was?! Hahaha! Du warst der Lendenz. Okay, so weit zwei Däte sind. Genau, genau. Äh, Panda, das war... Ich hatte zwei andere noch. Und das war... Ich wollt's noch verwirren! Trotzdem. Mein Maul! Ich würde mal sagen, Shots fire! Aber... Wann war ne? Ganz am Anfang? Ich war im Wasser. Ich hatte meinen Crossbow und der Handhund ist einfach mir vorbeigelaufen. Echt? Oh! Ja. Ja, äh... Verpeilt halt. Mancher über sie verteilt. Nein! Doch! Doch, doch! Dieses Fass ist meine! Mit der Märkte im Reichstag. Oh! War ich das jetzt? Nein, Panda, nein! Ja! Oh, komm! In Preparing! Das gibt's... Zum Glück im Preparing! Nicht aufschießen! Oh! Spätete! Ach, komm! Ups! Jetzt muss mir die Kackwaffe nochmal holen! Oh, welche denn? Ah, Mann! Warum nimmt niemand die Sniper auf den Mast? Jetzt seht! Wo ist jetzt meine Sniper hin hier? Also, sorry! Kann mir die bitte jemand geben? Die hatte ich aufgehoben und dann hat mich hier jemand kaltblütig ermordet. Ich hab grad meine. Hast du die aufgehoben, Däte? Ich denke mal, die wurde von jemanden gepolt. Das tut doch. Ach, Mann! Da hebe ich die auf und dann bringt mich jemand auf. Was kommt das? Darf ich nicht. Na, na! Ey! Ich wurde angeschossen! Ich wollte nur deinen Namen sagen. Ich wurde angeschossen! Boah, Alter! PC! Sträuch, warst du das? Oder Johnny, warst du das? Einer von euch beiden hat mir angeschossen gegeben! Das war Susi! Einer von euch beiden hat mich ja gerade angeschossen! Lass mich meine Shotgun in Ruhe, Junge! Ey, ihr habt mich geworfen! Ich wollte mal kurz erwähnen, dass Snake grad mal 700 Kamer hat. Ich wurde auf jeden Fall gerade angeschossen und habe 28 Leben verloren. Die waren auf mich gesniped! Ja, ne, wir wollten hier nicht untertreiben! Du weißt schon, dass das Dach hier einspüren kann! Nein, das ist doch schlecht! Nein, das weiß ich! Echse, warum bist du verletzt? Weil ich habe geschossen wohl! Das habe ich jetzt schon fünf Spiele gesagt! Wow! Was für Lüge! Na, na! Du hast deine Aufgabe! Ich hab das Leben grad verloren! Okay, und das wäre? Da oben ist eine TNT, einfach drauf schießen! Möwe! Nicht mit der Cropper, das ist nicht so gut für dein Leben! Hier ist Glück! Ähm, wann war, oder sei denn, irgendjemand was teilt? Ne, leider nicht! Ich verfolge mich und gucke mich an! Ja, gut, wir wüssten ja nicht mal, ob du, äh, Indoor bist! Ja, aber... Ich wollte, äh, wie gesagt... Oh, ich sag's euch jetzt schon! Oh! Oh, jemand wurde erschossen! Ich glaub, der ist untergefallen! What the fuck?! Oh, der Dete! Der Dete, oh man! Ach verdammt, der hatte keinen Punkt mehr! Den Defersleben wieder, am besten! Ne, hab ich nicht! Hat der Detective jetzt die Leiche an? Echse, Echse, schießt mich an! Derjenige, der überlebt hat! Ich hab gesehen, dass du auf ihn geschossen! Ich hab gesehen, dass du auf ihn geschossen hast, Echse! Schalt, keine DNA mehr! Nur auf DNS! Er ist geschoppt worden! Confirm ihn mal! Warte, wer jetzt? Johnny oder Echse? Hä, was? Ich bin... Das sag ich doch! Ich hab ne drauf geschossen! Äh... Achso, Johnny war gar nicht dabei, sorry! Nein, ich bin irgendwo im Singletame, wo du so... Ach schade, ich dachte, ich könnte zwei DNA-Scanner gleichzeitig haben! Weepa, wie geht's? Warum schießt du auf mich? Was hältst du denn, Leute? Da pisste! Braucht mal kein Schal mit dem Ding! Ähm... Wo ist denn... Kann mir mal jemand die Leiche von Echse? Äh, die ist beim Schiff! Kommt ein Schiff, Wander! Toll, doch mal bitte! Ja, ich bin auf den Masken! Oh, ja okay, das ist vielleicht ne Ausnahmsweise-Regel! Äh, das ist grad schwierig, warte mal! Huch, ich hab'n Flag aufm Bildschirm! Huch? Eine Million-Dollar-Frage! Ist der Flag zufälligerweise weiß? Ne, der war... Ah! Nana! Nana! Nana war der Fan! Ja! Nana hat auch den Bildschirm gewixt! Ähm... Ich war das! Ich war das! Ich war das! Nice work! Bitteschön! Ich hab'n auf zwei Ts geschossen! Ich bin doppel-proof'n! Äh, hier schleppt doch einer ne Leiche weg! Das ist Nana! Ach so! Leiche! Ich hab' Angst! Also, ähm... Ich möchte nicht nur, dass, ähm... Cyber als Inno gewertet wird, sondern dass er gehuldigt wird! Hier unten! Danke! 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 Leute, Reaper verfolgt mich! Ich hab' Angst! Zwei, drei Ts' aufgeschossen! Massaker am Strand! Du kriegst... Mit-Diete-Rechte! Ja! Der Data-Rechte! Cool! Ja! Alter! Ah! Was schießt du?! Wenn ich jetzt noch einen Punkt kriege, dann würde ich sogar Snave wieder beleben! Ich bin auf deinem Kopf! Ja, als Data! Weil ich sterbe! Weil ich sterbe nicht mich! Au! Ja gut! Das ist das sowieso! Reaper! Ich glaub wir haben ihn! Da! 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 Der Dä-Rechte! Ja! 100%! Da ist bestimmt im Wasser! Da ist er auch ganz cool! Ne! Ich hab grad irgendwo die Leiche gesehen! Doch der ist im Wasser! Ah ja! Da! Ja, er ist in Wasser. Ja. Aber mir ist noch mein Target drin. Ja, weh. Also, Reaper, kannst du das mal nachgucken im Menü, wenn er mich angeschossen hat zu Rundbeginn? Weil irgendjemand hat mich zu Rundbeginn random angeschossen. Hat mir irgendwie gute Schaden halt erreicht. Also hier haben wir uns diesen Begriff random immer sehr leichtfertig. Ich hab ihn im Rundbeginn erwendet, aber es war random, weil ich ein Trader war. Ich bin glad. OP, ich hab grad zwei T's gekillt. Oh ja, du hast 28 Schaden bekommen, Panda war's. Panda? Panda? Panda, du kannst jetzt nicht sagen, ich hab dir das lediglich. Nee, nee, du hast deine Rolle gut gemacht. Du warst, äh, der heilige Inno. Sehe alle 1000 K bis auf Nana. Nee. Mann, jetzt geh ich auf den Mast drauf. Meine Fresse. Nana's Ding, wir habt dir das bitte geschafft, dass ihr beide fast gleich viel K. habt. Gute Teamarbeit. Gute Teamarbeit. Gute Teamarbeit, würd ich's auch sagen. Team, Arbeit. Ne, wir wissen alle, Team steht für Toll, ein anderer macht. Richtig geil. Na, also wer den auf mich gezielt hat, ne. Ich war's nicht und Streuch was auch nicht. Wer war, ihr war, dann könnt ihr's, entweder ihr seid beide nicht oder ihr seid nicht. Ja, ich würd's auch. Na, warte mal, Streuch. Kann's ja trotzdem sein, auch wenn wir nicht abgeschlossen haben. Ja, das hab ich ja grad gesagt. Ja. Irgendjemand wollte mir ne Plasma an den Kopf werfen, hat aber was verfehlt. Ich war's. Much. Würde mich nicht überraschen, Exo, dass du mich wieder tötest. Als Traitor. Weil ich immer dein Target bin. Äh. Ich bin Tete. Äh, Exo, komm, 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 komm. Würde dich trotzdem nicht überraschen. Okay, das hab ich jetzt nicht, das hab ich jetzt echt nicht. Und auf mich wurde ein Threadschirm geschossen, also ich bin doppelt. Echt? Hab's schon gesehen. Ja, wir auch nicht. Wir proven, Dete. Du bist doppelt proven, ich weiß. Äh, Cyber, Cyber ist so proven letzte Runde gewesen. Der ist jetzt immer noch proven. Wobei, du könntest ja auch ein, äh, Dete-Traitor sein. Kein Inno-Traitor, du bist eigentlich ein Dete-Traitor. Da sind wir, da sind wir gestorben. Dete, da ist einer in der Lava gestorben. Oh. Welcher? Ja, irgendwie kann man schlecht confirm, glaub ich, in der Lava. Nee, aber er schwimmt hier ganz nah. Versuch immer noch, das Loch in der Decke der Map zu finden. Ja, ist irgendwo ein Loch in der Decke der Map. Ist, äh, wie, ist er gestorben? Da hat sich jemand selbst kommt. WTF? Äh, wenn man in den Optionen im Spiel ist, dann kann das hat manchmal... ...kanns im Himmel laufen. Äh, Dete. Es tut 1x1 Loch, glaub ich. Oh, Mann. 1x1 Loch? Ja, da kommst du... Was ist 1x1 Loch? Ja, geh doch mal da runter. Null. Oh, hast du da. 1x1 mal Null ist Null. Ja. Ja. Gut, dass wir... Ja, hab ich doch richtig gesehen. Richtig, richtig. Dete hier. Ja, Mathepreis geht an ihn. Die ganzen TNTs weg. Das ist... Das ist... Ich hab TNTs abgeschossen. Achso, war schon. Was? Achso, Sam. Ich seh mich, weil ich dich seh. Da fliegt der Dete. Au, ich wurde geschossen. Dete, war dankeschön. Dete, war dankeschön. Sniper, Sniper, Sniper. Ey, Nana, ist es Nana. Nana? Ist tot, er ist tot. Hoi, Dete. Moment so, jetzt. Moment so, jetzt. Bestimmt. Kaboom. Ich bin Buben. Na, wo, wo bist du eigentlich? Äh, Johnny ist bei mir und Panda. Lass mich hin, lass mich hin, lass mich hin. Kann gerne zu euch kommen. Ne, Panda. Also, ich bin über euch. Ja. Wuhuu. Jetzt bin ich bei euch. Jemand trinkt? Ich. Achso, okay. Jetzt haben wir es. Cyber, lebst du noch? Ja, 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 ja. 69 leben. Gut, gut. Hallo. Hallo, Dete. Hallo. Oh Gott. Was war das? Alter. Ich wurde von der Disco 53, äh, 35 Leben runter. 55, 35, 54, aber der hat. Dete kann ich, äh, gleich in die Lava werfen. Flory, oder? Ja, ich hab den, äh, Axe ist gestorben. Ich lebe hoch. Ich lebe hoch. Nein, Axe liegt hoch. Es ist ruhig hat gerade jemanden gekillt, glaube ich, oder? Kann das sein? Ich war es nicht. Ich besuchen. Silent Sniper wieder, Silent Sniper. Jemand hat mit der Shotgun, äh, Wann war es gestorben? Wann war es gestorben? Das muss auch über mir gewesen sein mit der Silent Sniper. Wann war es? Also, Flory ist bei mir, aber hier oben drüber war das mit der, mit der Dings. Ja, und jemand hat einen Shotgun-Schuss abgegeben, direkt vor meiner Nase. Und jemand ist gestorben. Ihr werdet gestorben dabei. Storch, sträuch ist es. Ja, aber, ich glaub, sträuch ist es. Nee, deine Leiche ist deine Storch definitiv in einem der Häuser. Ich seh ihn ja auch nicht. Storch ist es. Ja, kenn mich. Ah! Fand da? Ist er bị killed? Fand da? Fand da? Ja. Er war eh nur. Er war es nicht. Hä? Echt? Du hast gesagt, er ist es. Das heißt, er muss auf dich geschossen haben, oder nicht? Fand da ist es. Bin's gar nicht. Er hat auf mich geschossen. Ich hab 13 HP noch. Äh, ich bräuchte militärische Unterstützung. Ahhhh, Pass auf! Fand da ist es. Klapp da unten, Rente. Abgehen. Nein, das bin ich. Ich renne unten irgendwo. Achso, okay. Entschuldigung, dann hab ich eventuell auf dich geschossen. Brauchst du irgendwas? Warte mal, ich... Aus meiner Sicht können sich jetzt Navo und Johnny duellieren. Alles schön. Hä, wieso? Ich bin... Ich bin Proven und ihr seid die... Und ihr seid die einzigen, die jetzt noch inno sind. Auf mich hat Panda geschossen, also... Ja. Ja, trotzdem. Boah, er hat gesagt, es ist Panda. Ich würde ja schon sagen, dass du Proven willst, Florian. Also, es ist Navo. Ja, würde ich schon sagen. Ja, Navo oder du. Ja, ich bin Proven, Exe. Ja, ich bin Proven, Exe. Denkst du, du bist ja Proven, ja, genau. Dann würde ich sagen, Navo ist es, oder? Ja, Navo ist es, oder? Ja, Navo ist es dann. Weil ich habe 12 AP und... Jetzt nehme ich dann Navo da. Warum? Ja, okay. Ich suche mal Navo. In der Funde der Dukile. Äh, bist du auch noch am Leben? Äh, achso, du bist Dete. Da überlebst du noch? Ja, ja, da ist ein Johnny, der fast tot ist. Ja, ich könnte vielleicht ein Madkill oder so vertragen. Ja, ich kann es nicht mehr kaufen. Achso. Ich habe so... Alles ausverkauft. Das ist Johnny, okay. Da pass ich mal auf. Warte, 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 es leben nur noch. Ah, hier ist Navo, hier ist Navo. Ich habe sie. Ich habe sie. Sie werden Häuser an. Hier. Bin ich gar nicht. Oh, fuck. Oh, klick, klick, klick. Lass mich in Ruhe. Fuck. Oh, fuck. Ah, fuck. Also, wenn... Ich habe hier rausgefunden, wenn ihr das HUD auf einmal weg habt. Komplett, dass ihr es nicht wieder zurückbekommt. Einmal bitte F1 drücken. Escape drücken. Und aus beiden wieder rausgehen. Und schon ist es wieder dran. Ich will noch die Leiche. Ach, schade. Ja. Das war doch eine geniale D-Hinterrunde jetzt. Das war eigentlich die geniale D-Hinterrunde. Ich dachte gerade am Schluss, wir hingen gleich direkt tot. Nein. Oh, ich meine, das hat sich ausprobiert. Da. Dadurch, dass ich dir noch einen... Na, na, was meinst du denn jetzt mit Fallout? Ich bin D-Hunter era. Ich habe doch nichts mit Fallout gesagt. Gangweilig. Filzhut? Hallo? Ich habe irgendwas mit Fallout gelesen. Das war, das war, das war Reaper war das. Ja Reaper, ja, was meint Reaper denn dann mit Fallout? Reaper, Achtung, gleich fliegen wir. Die Hüte aus Fallout sind nicht schön. Äh, Nana. Ja, die Filzhüte aus Fallout. Wow. Ja, gut, das ist wahr. Ja, ich habe geschossen und habe mich fast down geschossen. Du wärst beinahe an meinem Weg gewesen, Johnny. Ich hätte dich beinahe angeschossen. Nana, was ist hier passiert? Ja, was ist hier wohl passiert? Ich habe das TNT hier weggeschossen. Alles klar, Nana, du bist... Bekomme ich eine Heal Station? Noch kein Traitor. Du bist nicht proven, aber kein Traitor. Noch kein Traitor. Na wo hast du gekauft? Nein, ich habe Band war beobachtet. Echt? Wo bist du? Was habe ich denn getan? Meine Wenigkeit wollte gerne eine Heal Station haben. Wo bist du denn, Ball? Äh, ich bin hier oben. Oben. Hi Wanda. Hallo Navo. Du warst eben so traitorhaft. Jetzt verfolge ich dich den Rest der Runde. Wanda, ich bin hier oben, Baden. Ich schieße mal deine Richtung. Gut, dass wir das geklärt haben. Nein! Nein! Oh, da ist jemand gestorben. Oh, da ist jemand gestorben. Navo ist glaube ich immer dort rumgefallen. Ja, ja, ich habe es gesehen. Das kam aus diesem Bereich hier. Hallo Dietrich. Jetzt hast du mich abgelenkt. Oh nein, wo ist er? Ach, ich glaube ich stehe über dir, Navo. Ja, es ist Nana. Ja, Nana. Ich stehe über mir in der Nahrungsquote. Der Fallschaden, da ist keine DNA dran. Genau. Ist entweder er selbst geschwungen oder wurde geschubst. Nein, er ist selbst geschwungen. Ich bin immer noch nicht gereiht, wo du bist. Ich glaube, jetzt bin ich ganz nah bei dir. Ich glaube, es war Alkohol im Spiel. Das ist auch untergefallen. Wie, wie checke ich? Wie checke ich, ob noch Punkte da drin sind? Äh, indem du eh magst. Da sind keine Punkte drin. Ich höre Tauben. Ne, Möwen. So. Wo! Oh, okay. Wo, ich habe auf die AC geschossen. Der ist um die Ecke gekommen mit dem Moment. Ich wollte gar nicht schärfen. Ich habe Breedman gekillt. Der hatte eine Taube. Der liegt unten am Strand. Wanderer kaufst du. Ne, ich habe meinen Kopf wieder bewegt. Kurze Frage. Ja. Kurze Frage. Kommt die Lava rum, dann liegt er. Eigentlich, wenn ich Traitor wäre, dann müsste der, müsste ich ja jetzt im Chat gestanden haben, wenn der typisch mein Target war. Ja, stimmt, stimmt. Oh, ich habe die Taube eingeschossen. Wann war? Oh, hier ist eine D. Ja. Weil ich, ich habe außerdem grad zu Nebel mit dem TNT getötet, weil der ist um die Ecke gekommen. Und ich wusste nicht. Warte, es hat wohl gecallt von zu der T-Leiche. Das ist so eine Ausrede. T-Leiche. Warte, das ist so eine Ausrede. Warte, das ist so eine Ausrede. Warte, das ist so eine Ausrede. Wah, Panda. Achso, Panda hat so ein Ding. Und ich habe ihn gekillt. Und ich konnte ihn nicht sehen. Ja. Ausrede, Exel. Ja, würde ich auch sagen. Achtung, weg da. Ich tue ihn in die Lava, okay? Ah, komm. Tu das. Hast du die Funktionsstand rausgeholt, Panda? Ja, Exel, mal eine andere Frage. Was passiert, wenn ich da reinspringe in den Dronnen? Da. Wer ist Pufen? Keine Ahnung. Ist Navo nicht Pufen? Wird der nicht reinschwingen? Ne, ich glaube nicht. Ja, aber Navo hat doch da reingeguckt und Panda hat wahrscheinlich Punkte noch bekommen, oder? Lebst du noch? Ja, es ist über Sky hier unten. Aber ich habe ihn mit einem Sniper-Headshot gekillt. Jaja, das sowieso, aber... Das müsste schon ein riesen Zufall sein, wenn Sniper ausgerechnet mein Target war, als er da rausgekommen ist. Jaja, das sowieso. Ich glaube, Cyber und Navo sind Pufen. Navo kaufst du grad? Hast du nicht in die Leiche geguckt und Panda Punkte bekommen? Ne, ich habe die Leiche beobachtet, die ist den Berg runtergerollt. Achso, okay. Da warst du die Taube eigentlich noch jetzt? Ja, stimmt. Die Taube. Die muss ich ja noch einen von euch geben. Hier, Dete. Weil, ähm... Dete. Ich nehme sie gern. Warte, die ist auf der... Da. Also guck euch. Äh... Wem soll ich die jetzt geben? Soll ich die Streus geben oder soll ich die Panda geben? Gibt's nicht Usi. So, da. Wann war Navo? Ähm... Ich hab eben fast entschärft. Warte, komm, komm, wo mein Name steht da. Wo bleibt eigentlich der Nachrichtenticker? Hallo? Wann war Navo? Kann ich mich nehmen? Dann hast du schon was auf dem Slot. Slot 8. Ich sag, in den nächsten 15 Sekunden kommt eine Nachricht. Da muss... Da muss Panda die nehmen. Oh, da flog so ein Streus. Komm, äh. Ja. Da flog ein Panda. Da ist ein Täubchen. Was ist denn hier los? Alle am Strand. Au, wer schießt denn hier? Äh... Jemand schießt? Den Navo. Ne, nimm die Taube und schmeiß ihn ins Meer. Aha. Okay, warte. Ach so, ja. Ich glaub von oben um, wo ich's bräuchte gerade kam. Ins Feuer. Ins Feuer. Nicht, dass die hochgeht, wenn man die mit Feuer in Kontakt bringt. So. Oder Wann war. Wann war könnte es auch gewesen sein. Ja, das ist allerdings wahr. Ist im Feuer. Versenkt. Wann gibt's sogar zu. Ja, ja. Ich geb zu. Ich hab ja kein Gegenbeginn. Hab ich jetzt echt ein Nähtes Kid? Ja, du hast ein Nähtes Kid, Florian. Wtf. Aber hier Wann, äh, Wann war Navo. Ihr wisst, ihr kennt ja die Map beide ganz gut. Da war so ein TNT halt in ner Höhle drin. Ja. Praktisch so um die Ecke. So ganz knapp hinstellen musste um das TNT zu treffen. Und selbst drauf zu werden. Ja. In dem Moment ist Nave von hinten gekommen. Und ist ins TNT reingelaufen, in die Explosion, als ich grad entschärft hab. Ja, sowas kann ich tatsächlich. Das heißt, ich konnte ihn nicht sehen praktisch. Und wenn ich Trader gewesen wär, dann hätte er ja zufällig mein Target gewesen sein müssen. Weil ich wurde ja nicht im Chat gepostet. Wie viele Leute haben jetzt eigentlich schon tot dran? Oder? Er hat auch als letztes Panda gesehen. Äh, drei, ja. Die dürften eh nix mehr viel Zeit haben, oder? Er hat wahrscheinlich... Wundertprozentig Proven bin ich ja nicht. Ich konnte ja immer noch mein Tag gewesen sein. Ich fliege die ganze Zeit drum. Deswegen hat er mich wahrscheinlich das letzte Mal gesehen. Wer ist denn jetzt eigentlich noch alles am Leben, wenn ich so fragen darf? Ähm, hier. So wie es auskommt, so wie es aussieht alle. Ja. Also Cyberboards am Leben. Mir gefällt es nicht, wie du hier oben stehst und abschnippelst. Die beiden Dates sind glaube ich noch am Leben. Was will ich? Ich bin der Proof. Johnny lebt ja auch noch, ne? Ja klar. Wird geschossen. Florian, sowieso Navo. Ja, alle die nehmen. Ja, ich habe sie bekommen, Reaper. Nächste Runde, letzte Runde ist jetzt, äh, das in New School. Oder? Nächste Runde, letzte Runde. 1, 2, 3, 4. Dreh sich um, Dete. Dreh sich um, Dete. Dreh sich um, Dete. Dreh sich um, Dete. Wow, Exe. Es wird geschieht. So, ich muss nicht machen. Ich muss nicht machen. Ich wusste noch, dass es Exe ist. So, tschüss. Da legt der Seine Sniper auf. Scheiße, muss ich machen. Okay, die sind im Wasser. Und ich gewischt. Scheiße. Hey! W- Hä? 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 W- 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 Exe war doch gerade eben hier. W- 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 Ach da, Navaoka auch noch? Aua! 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 Ich werde beschossen. Hilfe! Könnte mal irgendein Traitor-Kollege bitte diesen blöden Cyberbot noch von seinem Schiff runterpusten. Dessen kleinen Camp äh, ist Navoka jetzt, oder? Ne, Strolch ist es. Hä, ich bin Detektiv. Navoka war's auch. Ich check gar nix mehr. Ja, Strolch ist die Dete. Ich bin der Proven, ey, ich könnte jetzt sicher mich schießen. Oh, Weeper ist wieder am Leben. Ja, wow, Blitzbeider. Blitzbeider redet auch wieder. Ich hab zuerst jetzt geschnallt. Ja, merkt man gar nicht. Ah, da oben ist er ja, hallo. Warum hab ich ein Connection lost? Oh Gott. Kurze Frage, warum musst du eigentlich Navos sein? Was war ich mit Zeimer und Zeimer und Zeimer und Zeimer und Zeimer? Ich hab Reeper gekillt. Okay, gut. Okay, jetzt. Letzte Runde. Aber Panda, warum hast du mich abgeschossen? Er hat gedacht, er hat vermutet, dass ich dort war und hat uns beide verwechselt. Ja, ich flieg grad raus übrigens. Ja, weil X ist da um die Ecke gelaufen. Und ich bin direkt in der Leiche flogen. Aber du hast mich doch gesehen. Du hast doch die Leiche doch gesehen, die war direkt vor dir. Drin ich die Schuhe auf. Panda muss noch ein bisschen lernen, weniger zu schießen. Das war schön. Das ist eigentlich schon oft genug passiert. Na ja, 640 Punkte. Aber du hast nicht gesagt, ich hab X getötet oder so. Beides eingesackt. Ja, ne? 640er Karma läuft. Ja, aber du kannst erst mal gucken, wen er getötet hat. Deswegen. Also, ihn erst mal konfirmen lassen. Also, ich kann das... Ey, shopst du grad? Aber er hat's nicht mehr gesagt, ne? Aber Snail... Ich hab doch gesagt, X ist tot. Voll erwischt. Voll erwischt. Du darfst das, Snail. Mhm. Ich bin ja Inno-Tricker. Genau. Das ist voll und ganz links. Voll erwischt, der hat geshoppt. Natürlich hab ich geshoppt, bin ja auch Detest. Nee, du doch nicht. Er. Ich hab auch geshoppt. Aua! Hallo? Das war unfair. Übrigens, dass das Merkwürdige eben war. Ich hab mit ner vorhin und da hab ich Snail getötet mit der Explosion. Aber ich wurde nicht getötet. Ich glaube, Reaper ist tot, aber er ist in die Luft geflogen. Und deswegen hat er jemanden mitgenommen. Echt? Ja. Ab wann war? Bist du's auch? Nee. Ich hab jetzt keinen wirklichen Grund. Wenn du's getötet, wird man nicht gepostet. Ihr könnt durch's TNT auch jemand töten, den du auch getötet hast. Oha! Der kill würde ich nicht angerechnet. Ja, was hast du denn? Das wär's ne Merkwürrer. War das TNT. Ja. Achso. Das war nur das TNT. Panda ist auch tot. Panda hat Reaper getötet, okay. Was? Hä? Und hier liegt auch noch einer. Was bist du Snail? Warte mal, du bist dangerous. Ja, Snail hat mich grad schon dozent beschädigt. Ich bin angeschossen worden. Silent Sniper. Okay. WTF? Was ist denn hier los? WTF? Was ist denn hier los? Eine Feuerbestattung? Ich bin weg von uns. Nee, war's auch nicht. Ja, keiner von uns dreien hat schon das Silent Sniper gehabt. Ja. Nein, nein. Go! Alter! Okay! Mr. Wanbar. Was denn? Hier ist auf einmal von mir alles explizit. Nichts. Ich sag ja nur. Ein Toter. Und Streuch. Also sind's beide. Nee. Oh. Achso, das ist extrem. Brauche ich jetzt einen Flopper irgendwie? Was denn? Ich war hinter der Mauer. Das gibt's doch nicht. Nee, warte mal. Ich habe eine bessere Idee. Doch. Ja, ja. Ah, da unten ist er. Der Raketenwerfer liegt der Bestens. Ja, ich glaub's auch. Hast du dir gerade nochmal selbst Schaden gemacht? Wirklich. Der Leer ist ja scheiße, ey. Was? Ey. 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 Boah. Was? Ja, ne, äh. Ne, ich geh wieder weg. Komm doch mal zu mir. Nein, nein. Dann können wir das ganz diplomatisch auch lösen. Nicht so gut. Nicht? Ne, scheiße, irgendwie. Und du hast jetzt alle allein gekillt, oder? Oder wie, oder? Was? Nein. Nein. Ich habe einen kleinen Teil davon nur erledigt. Oh, schütter ist einer. Echt? Wer denn? Ne, ich keine Ahnung. Ähm. Schießt der auf dich? Das wäre ziemlich mies. Ja, ich glaube. Echt mies. Vor allem, ich habe nur noch 10 HP und so weiter. Ja, ja. Das finde ich auch. Weiß nicht, wie man das machen kann. Aber hier haben wir ja was. Ich glaube, das ist schon besser so. Das ist das falsch. Das ist das falsch. Das glaube ich. Da ist Johnny. Das war, das war nicht, das war Stun, Summin Up und nicht Juggerknock. Was macht das Teil? Naja, du läufst jetzt schneller. Wow. Das ist, äh. Das bringt dir nicht sonderlich viel. Immerhin etwas, ne? Ja, immerhin. Ich glaube, ich bleibe hier oben. Ein weiterer Credit fürs Frasenschwein. Ich kann jetzt kein Mathe, aber... Wie viele Minuten haben wir noch? Ja, du siehst es doch links unten, oder? Nee, das ist ja die ohne Haste. Ja, aber du siehst die Haste mal dort, äh, auch noch dazu, oder? Ich meine nicht. Ja, normalerweise schon, oder? Doch. Nein. Also bei mir stand, steht irgendwie was immer zwischen... Jetzt steht 15, gerade stand 3, 20. Ja, das Letztere ist die... Ja, wahrscheinlich. Scheiß Zeit. Du weißt, wo ich bin, oder? Auf jeden Fall. Okay, nicht gut. Ich weiß nicht, was das für eine Melodie sein sollte. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das für eine Melodie sein sollte. Ach der lebt auch noch, der... Das ist ja eh klar. Der Scheiße. Ja gut, davon hätte Johnny ja jetzt nicht viel gehabt. Ja das, weiß ich nicht. Der hat einen Radar an und sehe den nicht. Wo etwa zeigt das Radar denn hin? Ach ihr seid jetzt ganz oben, habt ihr euch aber einen ganz schön weiten Weg gemacht oder? Nein. Streuch, sag doch mal ganz grob wo du den Punkt siehst. Ja nirgendwo. Ja wie nirgendwo? Ja keine Ahnung. Ja ich bin halt nirgends. Ich bin überall doch nirgends. Immer aus dem Jenseits, du hast ihn wahrscheinlich nicht als Target. Ach ja, das ist ja auch noch, ach das ist ja. Das ist scheiße oder? Was seid denn ihr? Ach da oben war doch jemand. Es nennt sich Überlänge. Oh, 38 Minuten. Oh Gott, es ist Willen. Ach wann mein Schiff, dass mich doch verpunktet. Jetzt kannst du ja nicht mehr sterben gehen. Da ist es doch grad. Äh. Ah, ich glaub ich hab ihn gesehen oder? Äh. Nein, oder? Kann das sein? Hey, ist das Wasser nicht los genug oder was? Ach der ist beim Schiff. Oh, 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 oh. Ja er fliegt grad wie Spiderman durch die Welt. Das ist ja egal. Oh, oh. Ich hab' ein toller Tod zu reden. So, oh, oh, oh. илder ist der Weg. Moment. Na irgendwann sag ich. Ja, danke für's zu. Wir sehen uns dann nächste Mal, tschüss. 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 Schut. Schut. Vielen Dank.